Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks und der heutige Park, der kommt vom guten Stefan und der Stefan, der hat wirklich einen sehr ausführlichen Text und eine sehr lange E-Mail dazu geschrieben. Ich habe mir aber alles soweit schon durchgelesen, ich werde das aber für euch so ein bisschen zusammenfassen für das Video, weil das Ganze sonst einfach zu lange dauert. Der erste Teil ist so ein bisschen privat und persönlich an mich, würde ich sagen, und ich würde sagen, ich fasse das so ein bisschen für euch zusammen, die wichtigen Sachen. Erstmal vielen, vielen Dank, Stefan, für die netten und lobenden Worte, die du geschrieben hast an mich, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und was noch vielleicht für euch wichtig ist, er selber ist gelernter Paläökologe und Lehrer und freut sich natürlich immer, wenn man junge Menschen für die Paläontologie und die damit verbundene Wissenschaft begeistern kann. Also er ist auf jeden Fall ein Mann vom Fach und das macht es natürlich noch viel, viel interessanter, weil sein Park wird wahrscheinlich, was ihr auch gleich erfahren werdet, viel mit Realismus zu tun haben, also sehr, sehr interessant für uns. Ansonsten springe ich hier mal zu dem Teil im Text, der den Park betrifft, weil das ist natürlich das Wichtigste. Da hat er geschrieben, nun ja, ich habe dir einen Park in Klammern Paläopark, so ist der Name vom Park, eingeschickt, indem ich versucht habe, die Tiere in einem Gehege unterzubringen. Das nach aktuellen Erkenntnissen ungefähr dem entspricht, wie wir uns das als natürliches Habitat vorstellen. Das gilt selbstverständlich auch für die dort gemeinsam vorkommenden Tiere. Leider fehlt im Spiel viel Auswahl beim Pflanzenmaterial. So sind Blühpflanzen, Laubblätter und Gräser eigentlich unüblich für das Mesozoikum. Ja, Leute, da sind wir schon beim ersten Fachbegriff. Mesozoikum habe ich tatsächlich auch schon mal gehört in diesem Projekt. Das hat mal jemand als Parkname benutzt, oder nicht? Ich würde sagen, ich google das mal eben und dann erkläre ich euch, was das heißt. Ich lese euch das am besten mal eben vor. Das Mesozoikum, auch Erdmittelalter oder Erdmittelzeit, ist eine geologische Ära, die vor etwa 252,2 Millionen Jahren begann und vor etwa 66 Millionen Jahren endete. Es wird in Trias, Jura und Kreide gegliedert. Also im Prinzip ist es einfach nur die Zeit, wo wir halt wissen, wo die Dinosaurier gelebt haben. Die wird halt zusammengefasst und heißt Mesozoikum. Wieder was dazugelernt ist natürlich nicht schlecht. Man lernt nie aus. Beim nächsten Mal weiß ich es dann sehr, sehr gut. Ich würde sagen, ich mache hier mal weiter im Text. Viele sind erst in der Kreidezeit aufgetreten. Mit viele sind die Pflanzen gemeint, über die wir gesprochen haben. Und waren dort natürlich auch nicht dominant. Eigentlich bräuchte man viele Fahne, Baumfahne, Schachtelhalme und Nadelbäume für eine vernünftige Rekonstruktion. Auch bei den Tieren können wir nicht immer ganz sicher sagen, dass sie wirklich zusammengelebt haben, weil die Altersbestimmung über die geologische Schicht erfolgt und oft mehrere Millionen Jahren entspricht. Es kann durchaus sein, dass zwei Arten in der gleichen Sedimentschicht vorkommen, aber die eine schon ausgestorben war, bevor die andere auftrat. Nur bei wenigen Arten finden wir Spuren direkter Interaktionen, wie beispielsweise Bissspuren und abgebrochene Zähne von Tyrannosaurus beim Triceratops und Edmontosaurus. Oder Knochenschäden bei Allosaurus von den Schwanzdorn eines Stegosaurus. Also sehr interessant. Sedimentschicht ist, glaube ich, falls ich... Soll ich das auch nochmal eben googeln? Ich google es nochmal lieber eben. Ja Leute, sicher ist sicher, bevor ich euch hier Mist erzähle. Also hier einmal die Kurzfassung. Also Erdschichten, die durch Ablagerung von Teilchen im Wasser entstanden sind. Das heißt, das sind einfach diese Erdschichten, wo dann später die Fossile und Skelette gefunden wurden. Die haben sich ja immer so ein bisschen mehr übereinander aufgehäuft. Und darin kann man dann halt so ein bisschen die Zeit feststellen oder so wurde es gemacht. Vielleicht könnte ich mal ein kurzes Beispiel machen, damit man das checkt, was du damit meintest. Dass die vielleicht gar nicht aufeinander getroffen sind. Ja, passt auf. Also der Dandysaurus zum Beispiel hat in der Triaszeit gelebt und ist dann ausgestorben und wurde dann sozusagen in dieser Schicht. Ja, da konnte man halt dann die Skelette finden. Aber nun kann es natürlich auch sein, dass dann der Dandysaurus schon ausgestorben war. Und dann kam der Mirisaurus meinetwegen. Die haben dann sozusagen niemals Kontakt gehabt, weil ja der Dandysaurus schon ausgestorben war. Und der Mirisaurus ist dann aber auch irgendwann ausgestorben. Und dann war der in der gleichen Sedimentschicht wie der Dandysaurus. Aber eigentlich hatten die beiden gar nicht Kontakt miteinander. Wisst ihr, was ich meine? Also ich hoffe, das ist richtig. So interpretiere ich das zumindest. Ist vielleicht ein sehr komisches Beispiel jetzt. Aber ansonsten kannst du es ja gerne nochmal reinschreiben, Stefan. Ob das jetzt wirklich so gemeint ist oder nicht. Ja, ist ansonsten ja auch nicht schlimm. Egal, machen wir mal weiter mit der E-Mail. Im Park selbst erwarten dich 334 Dinosaurier aus 60 Arten in 18 Gehegen mit eigenem Ökosystem. Die Hybriden und den Vermurksen Dylophosaurus habe ich mal rausgelassen. Da der Park um die verschiedenen Biome herum konstruiert ist, stehen weder Besucherbedürfnisse noch Ästhetik im Vordergrund. Auch wenn ich versucht habe, diese so gut wie es geht in dem Setting zu erhalten. Alles ist benannt außer die Futterspender und du darfst natürlich auch wieder mit der Jurassic Tour fahren. Yay! Musst du sogar um manche Gehege zu sehen. Da freue ich mich. Die Farbgebung der Dinosaurier ist vor allem aus den Erkenntnissen der letzten Zeit rund um die Entdeckung der Federfarben inspiriert. Auch wenn wir bei den meisten Arten natürlich gar nicht wissen, wie sie gefärbt waren. Solltest du auf Widersprüche bei Aussagen aus dem Spielexikon oder bei Ansagen bei der Tour stoßen, so handelt es sich dabei um Absicht, weil das Spiel leider voller fachlicher Fehler ist und ich mich natürlich an der modernen Paläontologie orientiert habe. Wenn sich da fachliche Fragen ergeben, kann ich dir gern später unter dem Video erklären. Sehr, sehr gerne. Also ich werde wahrscheinlich Fragen haben, die stelle ich dann einfach. Ich wünsche dir und allen Zuschauern viel Spaß bei dem Weg durch den Park. Gruß, Stefan. Dann hat er noch geschrieben, PS, anbei gibt es noch eine Gehegeliste mit allen Dinosauriern als PDF. Die würde ich sagen, blende ich jetzt mal einmal hier für euch ein. Und falls euch das interessiert, könnt ihr das Ganze ja einfach pausieren und das euch nochmal in Ruhe angucken. Aber ich würde sagen, wir haben es lang genug geschnackt. Wir starten jetzt in den Park von Stefan. Ja, Leute, da sind wir im Ladebildschirm und ihr seht schon im Hintergrund, hier ist der Vulkan, der gerade ausbricht. Das heißt, wir sind auf der Insel Isla Nubla Nord. Die ist natürlich sehr, sehr groß, aber das wird man auch brauchen. Ich habe hier links auf meinem Bildschirm nochmal die Gehegeliste offen, die du ja anbei gesendet hast, weil die wird mir hoffentlich helfen. Da hast du geschrieben, du hast insgesamt 334 Dinosaurier und das ist natürlich eine Menge. Die muss man erstmal irgendwo unterbringen und sowas. Und deswegen ist, glaube ich, die Insel nicht schlecht, weil die sehr groß ist. Ich schaue mal eben kurz hier nach. Oh, hier sogar 344 Dinosaurier. Das ist krass. Also nicht schlecht, da bin ich sehr gespannt. 60 einzigartige Spezies, also 60 verschiedene Dinosaurier. Nicht schlecht. Ja, der Nachteil bei Isla Nubla Nord ist natürlich, es gibt keinen richtigen Eingang. Deswegen sollen wir wahrscheinlich mal hier bei diesem Hotel anfangen, oder? Gehe ich jetzt von aus, weil der Lade-Dingsbums ist halt hier bei dem Hotel. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir einfach hier starten beim Hotel Jura Blick. Da sind wir sozusagen Gäste und von hier aus werden wir dann deinen Park erkunden so ein bisschen. Ich bin sehr gespannt. Gehen erstmal in das Hotel rein. Und schon mal ein paar Felsen, ein paar Berge. Oh, da hinten. Was sieht man denn da? Sind das Albertus? Oder sind das Allos? Ich kann es gerade gar nicht erkennen. Ich glaube, das sind Allos, ne? Oder Albertus? Weiß nicht. Kann man ganz schlecht erkennen. Seht sich auch ein bisschen ähnlich. Egal, wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Falls man irgendwas leckt oder ruckelt, bei der hohen Dinosaurieranzahl sind die FPS nicht am besten. Da seid mir bitte nicht böse. Wir gehen mal hier erstmal an den Rand. Wir sind hier auf jeden Fall Südamerika-Obertrias. Ah, da fängt es auch in der Liste an. In diesem Gehege haben wir sechsmal den Hererasaurus. Und im Hintergrund den Vulkan, der ausbricht. Sehr schön. Ja, aber Skins hast du halt auch dann alle im gleichen Farbmuster mal gemacht. Finde ich auch in Ordnung. Du hast ja gesagt, dass du dich bei den Farben möglichst so orientiert hast, wie es wahrscheinlich am realistischsten ist. Sechsmal den Herrera. Ist, glaube ich, auch der Einzige aus der Trias-Zeit von JWE, ne? Also ich gehe mal davon aus. Okay, da heißt es einfach Herrera-Saurus. Das ist ganz gut. Nehmen wir noch einen Schutzbunker. Schutzbunker, Trias-Eingang. Also das ist hier wirklich alles benannt. Trias-Eingang. Krass. Und dann geht es direkt zum Mitteljura-Ausblick. Europa-Mitteljura ist das wahrscheinlich, ne? Sechsmal Proceratosaurus und zweimal Metriacantosaurus haben wir hier drin. Die Proceratus sieht man da unten, aber die Metriacantos stecken sich so ein bisschen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, dann bauen wir noch einer sechs. Kommt sogar hin. Ist mega cool mit so einer Gehegeliste, muss ich sagen. Dann weiß man immer schon, was einer wartet hier drin. Da hinten laufen die Metriacantos. Ich würde sagen, wir fliegen da nochmal eben so rein, damit wir die ein bisschen näher sehen, weil die so klein sind. Die sind die Proceratus. Also man merkt es halt wirklich, dass ich ein bisschen weniger FPS habe. Schon ziemlich krass. Aber ja, schon muss ich weiter steuern. Ich hoffe, in der Auflagenannahme leckt nichts. Aber das kann ich dann leider nicht ändern. Hier haben wir die Metriacantos. Auch cooler Dino, ne? Mag ich sehr gerne. Hast du den irgendwie... Ihr dürft sie halt wirklich nur nach den Dinos benannt. Finde ich ganz gut. Und ich muss echt sagen, du hast ja gesagt, du hast nicht so viel Wert auf die Gestaltung und sowas gelegt. Dafür sieht das hier aber schon alles ziemlich clean und sauber und gut gemacht aus. Also kann man sich jetzt nicht beklagen. Schon nett gestaltet. Auch hier mit den Gewässern und den Büschen und so. So, das hast du schon nice gemacht. Noch ein paar Restaurants. Grabungshalle. Jurassic Restaurant. Mitteljura-Bar. Jura-Jacken. Jurassic Park Shop. Sehr interessant. Jetzt die Frage, wo gehen wir lang? Damit wir den richtigen Weg gehen. Ich biege erstmal links ab. Hier haben wir ein paleobotanische Ausstellungs... Ausstellung des Jura. Ah, okay. Mose, Palmfahre, Papaya, Baumfahne und Ginkgo. Sehr interessant. Und dann haben wir hier das nächste Gehege. Das müsste das China-Gehege Mitteljura sein. Da haben wir ja sechsmal den Hyangosaurus. Ziemlich cool. Also das mit der Gehegeliste gefällt mir richtig gut. Ich kann immer nochmal so einen Blick darauf werfen. Der Hyangus ist auch sehr, sehr cool. Aber ich finde, man sieht direkt bei den Dinosaurierfarben, dass die alle wirklich in so... Ja, meistens Brauntönen und so gehalten sind. So ein bisschen. Braun, Grau. Also nicht so farbenfroh wie manche Skins von JWE. Weiter geht's zum nächsten Gehege. Weil wir haben doch echt viel zu erkunden. Wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen, Leute. Jura-Zentrum. Was haben wir denn hier? Die große Palio-Park-Tour. Oh mein Gott. Wie geil. Okay, die fahren wir gleich, Leute. Aber wir erkunden nochmal eben hier die drei Dinger. Hier haben wir China-Oberjura. Da gehe ich mal davon aus... Ja, das... Oder? Doch, das dürfte das sein. Das ist das China-Oberjura-Gehege. Da haben wir sechsmal den Chungkingosaurus. Den sehen wir hier. Dann haben wir sechsmal den Gigant-Spinosaurus. Den sehen wir... Da sehen wir ihn mit den großen Stacheln da an der Seite. Und natürlich, nicht zu übersehen, sechsmal den Mamenchisaurus. Den ganz großen da. Da habe ich schon mal als erstes eine Frage mal an unseren Experten hier. Der Mamenchisaurus, war der größer als der Brachio oder kleiner? Weil im Spiel ist der, glaube ich, größer. Aber ich habe schon oft gehört, dass der in echt kleiner gewesen sein soll. Deswegen würde mich das mal interessieren, falls du das weißt. Das würde mich mal sehr interessieren. Da gibt es doch sicherlich Knochenfunde, die das belegen können. Was haben wir hier? Südafrika-Oberjura. Da... ... sind wir auch schon mit einigen Dinosaurier. Ja, jetzt bin ich aber verwirrt. Hier ist Brachio drin. Ah, da hast du dich, glaube ich, versehen, ne? Mit dem Namen Südafrika-Oberjura. Okay, Leute. Mein Fehler ist natürlich Südafrika-Oberjura. Ich habe es noch nicht gesehen. Hier haben wir viermal den Allosaurus. Wo ist denn der? Sieht man den irgendwo? Wo versteckst du dich? Ich glaube, da hinten schläft gerade einer, ne? Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Hier ist auf jeden Fall viermal der Allosaurus drin. Dann haben wir hier den Giraffa-Titan. In Klammern Brachiosaurus viermal. Der hieß wohl anders. Oder kannst du mal in die Kommentare schreiben, was du damit meinst. Und zehnmal den Kentrosaurus. Da ist übrigens auch ein Allo gerade. Wie klein der wirkt neben dem Brachio. Mega witzig. Aber ich glaube, hier fahren wir gleich auch nochmal durch. Ja, wir gehen jetzt gar nicht mehr so genau hier rein. Wir werden das gleich alles noch sehen mit der Jurassic-Tour. Dann können wir natürlich hier nochmal den Weg zurückgehen. Und gehen wir hier lang. Da haben wir dann nochmal den Aussichtsturm hier. Oberjura-Ausblick. Oh. Okay. Das dürfte jetzt Nordamerika-Oberjura sein. Da haben wir viermal den Allosaurus. Viermal den Apatosaurus. Viermal den Brachiosaurus. Viermal Kamarasaurus. Zweimal Ceratosaurus. Sechsmal Diplodocus. Zwanzigmal Dryosaurus. Und zehnmal Stegosaurus. Sehr, sehr interessant. Also ihr seht schon, ne? Das ist wirklich viel mit Dinosauriern. Aber ich finde die Gehegegestaltung echt cool. Also das wird echt Mühe gegeben. Da kann man nicht sagen, dass es nicht gut aussieht. Das ist richtig cool. Hier mit diesem kleinen Canyon da unten. Wo es so reingeht. Das sieht schon nice aus. Ich freue mich gleich schon auf die Jurassic-Tour. Ja, wir fahren da gleich nochmal durch. Durch das Gehege. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Ne, dann würde es hier zum nächsten Station gehen. Wahrscheinlich haben wir dann Jura abgehakt, ne? Ja. Das ist halt mega cool aufgeteilt. Also hier vorne ist Trias. Da gibt es halt nur den Herrerasaurus. Und der Teil hier ist komplett die Jura-Dinosaurier, die im Jura gelebt haben. Und wir machen jetzt die große Jura-Tour. Da freue ich mich nämlich schon drauf. Die haben wir hier vorne. Das ist doch, glaube ich, die Jura-Tour, ne? Ah ne, die große Paläopark-Tour. Vielleicht geht die sogar noch weiter als nur den Jura-Bereich. Werden wir uns mal überraschen lassen, würde ich sagen. Wir fahren mal mit dem Truck. Und werden direkt begrüßt. Hello. Bitte nicht hauen. Au. Geht ja gut los. Was sollte das denn jetzt? Vielleicht da ist es. So, jetzt kommen hier schon die Daten, wo du meinst, die sind falsch. Dürfen Gigant Spinos hier sein. Zu unserer rechten und linken. Da sieht man nochmal wunderschön die Mament schießt. Megaschön. Wir fahren mal weiter mit einer Hand. Kein Problem. Ab ins nächste Gehege. Nehmen wir auch nochmal, äh, Chungkingos dürften das sein. Hm. Okay, ich hoffe, ich verfahre mich hier nicht. Das sieht schon so ein bisschen so aus. Muss ich hier abbiegen oder so? Ne, ne? Ich bin richtig. Ich glaube, ich bin richtig. Ich glaube, ich muss hier durch, ne? Ist echt gerade ein bisschen verwirrend mit den Pillern. Also, ich finde das mega cool, dass du das so, äh, mit den ganzen Jahren und Kontinenten aufgeteilt hast. Mach mir richtig Laune. Und dadurch, dass du diese Gehegeliste hast, das ist halt echt nochmal, äh, sehr informativ. Hilft mir wirklich. Also, hier haben wir den Alu. Der schnappt auch schon direkt nach uns. Wir dürfen uns halt jetzt auch nicht zu viel Zeit lassen, Leute. Wir haben noch viel zu erkunden. Weil die Kreidezeit ist tatsächlich, äh, am meisten vertreten hier. Aber ich denke mal, das liegt auch daran, dass die Kreidezeit als, oder noch am jüngsten ist und somit wahrscheinlich da mehr Funde gemacht wurden und deswegen mehr Dinosaurier entdeckt wurden. Weil einfach die Skelette noch besser erhalten waren. Was war denn das jetzt? Das war ein... Lass mich nicht lügen, das müsste ein Kentro gewesen sein, ne? Ich glaube schon. Ja, Brachio, Kentro und Alu haben wir hier drin. Auch wunderschöner Skin bei dem Kentro, muss ich sagen. Mega nice aus. Hier ist nochmal ein schöner Brachio. Der Brachiosaurus ist aufgrund seiner enormen Größe eine der bekanntesten Dinosaurier. Wie, die Dinos teilweise abspannen, ey. Aua. Seine Hüte sind im ganzen Park zu hören. Schon witzig. Die Dinos sind, äh, rammig hier alle weg. Ich schläft noch eine Schlafmütze. Hello. Ja, er wacht. Au. Mhm. Sehr cool. Da ist er aufgestanden. Wir fahren weiter. Haben ihn jetzt schon genügend gestört, glaube ich. Aber wir können ja sogar hupen. So, was haben wir denn hier? Apathos haben wir hier vorne. Hier sind wir in Nordamerika-Oberjura. Apathosaurus hier, schön am chillen. Da hinten die Plodocus. Was sehe ich noch? Brachiosaurus. Also hier ist einiges. Mega nice. Vielleicht können wir da unten durchfahren. Das wäre cool. Das geht sogar. Mega nice. Ist aber auch ein riesiges Gehege, ne? Also in diesem Park ist echt viel Platz für die Dinos. Okay, wir haben ja noch einiges drin. Driosaurus, Stegosaurus. Also wo sind wir denn jetzt? Hier? Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon von Weitem gesehen haben. Da vorne sind Dinos. Oh, das sind Uranus, glaube ich. In dem Gehege waren wir noch nicht. Das müsste Nordafrika-Unterkreide sein hier. Hier haben wir auf jeden Fall Uranus. Und Niger-Saurus, glaube ich, ne? Ja. Iguanodon viermal, Niger-Saurus viermal, Uranusaurus sechsmal und Suchomimus zweimal. Sehr interessant. Deswegen auch so ein bisschen Dschungleger wahrscheinlich das Gehege. Die haben wohl mehr so in diesem Sumpfgebiet gelegt. Hier sehen wir den Niger-Saurus. Das ist ja wirklich so ein Mini-Sauropode. Das ist ja auch witzig, ne? Aber cooler Skin. Schöne Tarnfarben. Dürfte ich durch, bitte? Das bringt was, wenn ich rufe. Oh, ab. Das bringt halt wirklich was. Komm, der bewegt seinen Arsch. Wie witzig. Ja, es sieht so lustig aus, wenn der rennt. Weg! Lauf, Junge. Die armen Dinos. Oh Gott, die geraten alle in Panik wegen mir. Oh, hier haben wir den Suchomimus zweimal. Was ist das denn für ein Skin? Oh, Alter. Was ist der grüne Skin? Ich glaube schon. Oh, der frisst gerade. Ein Stück zurücksetzen. Fahren mal so, dass wir den Skin sehen. Das müsste der grüne sein. Oh ja, der grüne Schwarte. Das ist cool. Ich kann mich bremsen. Oh. Schon cool aus, ne? Oh, nice. Kommen wir weiter. Haben wir jetzt irgendwas noch nicht gesehen aus dem Gehege? Iguanodon haben wir noch gar nicht richtig gesehen, ne? Aber wir kommen gleich nochmal wieder in das Gehege. Hier werden wir auf jeden Fall schon begrüßt. Ach, hier sind Iguanodons. Hallo? Iguanodon ist ein Vertreter der Ornitur oder der Kreide, in dem Gehegeheim entdeckt wurde, wo er zwischen dem mittleren Jura und der Oberkreide lebt. Oh. Auch ein cooler Skin, ne? Wenn ich war nicht dran. Hier müssten wir wahrscheinlich Nordamerika-Unterkreide sein, gehe ich mal von aus. Das hier ist wahrscheinlich der Sauropelter und der Nodesauros. So, ich kann euch mal kurz sagen, wir werden eh gerade aufgehalten von den Iguanodons. Wir haben hier in dem Gehege insgesamt 8x den Iguanodon, 4x den Nodesauros, 4x den Sauropelter, 4x den Deinonychus und 2x den Agrocanthosaurus. Das ist auch ein sehr interessantes Gehege. Ich mag aber wirklich die Skins, die du ausgewählt hast. Das sieht nicht cool aus. Das ist jetzt ein Nodo, glaube ich. Äh, ne, ein Sauropelter war das, glaube ich, gerade, ne? Ich glaube schon. Der Nodo hat, glaube ich, gar keine Stacheln. Schau mal eben. Ne, ist doch der Nodo. Okay, aber gemeint. Kann ich immer schwer unterscheiden. Dann hat der Sauropelter keine Stacheln. Ach, ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall der Deinonychus auch nochmal. Das ist auch der grüne Skin, ne? Der nicht ganz so auffällig ist. Der ist aber auch cool, der Skin. Kognitiv. Ja, aber irgendwas haben wir noch nicht gesehen aus dem Gehege jetzt. Ach, den Agrocanthor natürlich. Selbstverständlich. Das ist voll das längliche Gehege. Das geht hier voll durch. Ich bin wieder cool. Wo geht's denn hier hin? Wir sind jetzt hier schon in einem komplett anderen Bereich, habe ich das Gefühl. Hier geht's auch schon wieder raus. Wo ist der Agrocanthor? Da hinten sind sie. Fahr mal kurz rüber, Leute. Damit wir auch alle Dinos hier aus dem Gehege gesehen haben. Zweimal. Den Agro. Der scheint auch nur am Meckern zu sein. Macht ja nix. Okay, dann geht's schon ins nächste Gehege. Ich hab mich komplett verlaufen hier. Keine Ahnung mehr, wo ich bin. Oha. Giganotto. Zweimal. Die heißen mich auf jeden Fall willkommen. Die wollen mich auch nicht durchlassen. Sonst darf ich mal. Oh. Er schnappt halt richtig nach mir. So, wo sind wir denn hier? Giganotto. Giganotto. Mühe Fragen. Ich find grad leider das Gehege nicht. Doch da. Südamerika. Frühe. Oberkreide sind wir. Zweimal Giganotto-Saurus. Hab's gefunden. In der Liste. Also wir sind ja auf jeden Fall schon ordentlich in der Kreidezeit unterwegs. Aber wie gesagt, Kreidezeit-Dinos gibt's auch am meisten bei JBE. Oh. Was war das denn? What? What's going on? Was ist hier? Eine unsichtbare Wand? Oder was war das denn? WTF? Okay. Dreadnognos sehe ich. Karnotaurus sehe ich. Ich schau mal kurz in der Liste, wo wir hier sind. Oh. Gute Frage. Ich guck nebenbei immer noch, was ich finde. Ach. Das sind sogar nur die zwei. Das ist Südamerika-Oberkreide. Zweimal Karnotaurus und viermal Dreadnognos. Wusste ich auch nicht, dass die zusammengelebt haben. Oh Gott. Das wird eng. Schnell durch. Oh. Oh oh. Ich komm nicht weiter. Ja, dreh mich. Sehr gut. Der Dreadnognos ist ein Freund. Ganz gedreht. Ach hier, richtig cool gemacht. Keine natürlichen Feind. Das war wahrscheinlich der Dreadnognos. Ich hab nicht ganz genau zugehört, wenn ich ehrlich bin. So, was haben wir denn hier? Ja, auch ein sehr interessantes Gehege. Bis jetzt verstecken sich noch alle Dinos. Oh ja. Jetzt sehen wir die ersten. Was sind das denn? Sind das Oloros? Ich glaube, das sind Oloro Titans. Bremsen. Uff. Olorotitan ist ein großer Pflanzenfresser auf der Oberkreide. Olorotitan. Oberkreide. Okay, gut zu wissen. Mongolei Oberkreide ist das Gehege hier. Wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Also, dann sollten wir hier Galimimus zehnmal haben. Äh, achtmal Homa, Locephale. Achtmal. Ne, jetzt hab ich mich verlesen. Äh, sechsmal Olorotitan und viermal Velociraptor. Aber kann auch sein, dass es ein anderes Gehege ist. Glaube aber. Bis jetzt hab ich nur die Oloros gesehen. Das gibt's ja gar nicht. Ne, das kommt aber hin. Also, wir sind hier Mongolei Oberkreide. Das sind die Raptoren. Jetzt frage ich mich, wo die anderen sind. Hm, das werden wir wahrscheinlich noch auf dem Rückweg sehen. Gehe ich davon aus. Jungs, kein Ärger machen. Au. Na, natürlich bremsen sie mich jetzt nochmal aus. Ach, Jungs. Lass mich doch einfach durch. Ja, ja, ja. Oh. Okay, wir haben's geschafft. Nächste Gehege. Was haben wir denn hier? Thoros sind das, glaub ich, ne? Oh, Thoros und Tyrannosaurus. Oh, mit meinem Lieblingsskin. Oh mein Gott. Mein Lieblingsskin. Der T-Rex. Thoros sind schon voll in Panik. Kein Wunder. Welch auch. Der Tyrannosaurus-Rex ist wahrscheinlich der begrenzeste Dinosaurant. Oh, au. Alter, gegen den Baum. Also die Thoros sind komplett außer Rand und Band. Ich schau mal ganz kurz nach, während wir den Tyrannosaurus hier angucken, welchen Gehege hier sind. Und es könnte gut sein, dass wir hier in Nordamerika sehr späte Oberkreide sind. Dann werden wir hier viele Dinosaurier noch entdecken. Aber wir fahren erstmal weiter, bevor ich euch die aufzähle. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Tyrannosaurus gesehen und mehrere Thoros. Das Gehege ist, glaube ich, auch ziemlich groß. Das ist zumindest die Liste da vermuten. Der Tyrannosaurus ist ein leicht weisbarer Dinosaurier. Er kann sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Drum alles sei durch. Das habe ich gerade gesehen, dass er alles rammt. Und ich hätte auch weggerammt, aber ordentlich gegen den Baum geklatscht. Ja, voll das coole Gehege so mit dem ganzen Fels. Oh, hier ist so eine richtige Oase. Wie schön. Oh mein Gott, ist das nice. Okay, wir fahren mal weiter. Da hinten sind auf jeden Fall noch andere Dinosaurier. Müsste ein Edmonto sein, den ich da sehe. Und hier sind noch kleine Dinos. Die kann ich noch nicht erkennen gerade. Das ist Stygimolochs. Ich glaube, das sind Stygimolochs. Ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir bleiben mal ganz kurz hier bei diesem wunderschönen Ausblick. Und ich lese euch mal ganz kurz die Liste vor. Also, wir sind hier in Nordamerika sehr späte Oberkreide. Hier haben wir viermal den Ankylosaurus, sechsmal den Dracorex, sechsmal den Edmontosaurus, sechsmal den Pachycephalosaurus, sechsmal den Stygimoloch, zehnmal den Toro, zehnmal den Triceratops und zweimal den Tyrannosaurus. Hier haben wir hier in der Liste. Die Edmontos sind ja auch schon fleißig am Fressen und da kommt schon der Jäger. Oh Gott. Sieht halt wirklich so aus, als wenn er jagt. Oh, er will nur Hallo sagen. Er hat aber geschickt vor mir gebremst. Sehr nett von dir. Das ist beeindruckend. Der Tyrannosaurus Rex ist für deinen gewaltigen Kopf und seine Urwisskraft bekannt. Okay. Alles wird gut, Tyrannosaurus. Das war ja mal eine richtige Random-Aktion von dem. Ich bin, glaube ich, voll von der Spur abgekommen, kann das sein. Oh Gott. Dann müssen wir wieder zurück auf den Weg. Der ist hier rechts, ne? Ja. Ich wollte halt was sehen an dem Saurian. So, hier haben wir Pachis und hier haben wir Triceratops. Moin. Und Anki haben wir hier auch. Immer in dem Gehege. Oh. Steile Kurve. Wir fahren mal wieder zurück auf die Strecke. So. Ich finde es ja cool, ne? Das ist mein Lieblings-Skin von dem Anki. Und der scheint wohl der realistischste zu sein. Finde ich nice. Ich habe ins nächste Gehege. Wo sind wir denn hier? Das ist mega cool. Also ich glaube, wir haben gleich den kompletten Park schon durch. Nur mit dieser Tour. Das ist richtig nice. Hier haben wir den Met... Ne. Mayungasaurus muss jetzt sein. Das ist dann Südafrika-Oberkreide. Mayungasaurus zweimal. Oh. Sind Kannibale gewesen? Stimmt das? Das ist schon wieder die Frage, ob das stimmt. Du sagst ja, dass hier viele, viele Informationen sind. Wäre sehr interessant. Wir gehen mal drüber. Den Kannibalen will ich es mir nicht verscherzen. So. Ab durch das Tor hier vorne. Nächstes Gehege. Oh. Guck mal. Wie klein hier. Fiesen Dinger. Die kleinen, fiesen Dinger. Ach, hier haben wir ja richtig viele coole Saurier. Welches Gehege dürfte das denn sein? Das dürfte... Und was denn der Nasuto-Ceratops? Ich suche gerade in der Liste, Leute. Nur Momento. Kann sich nur um Stunden handeln. Wir fahren mal noch weiter. Ich finde das schon gleich. Also wir haben schon alles gesehen. Das ist ein Nasuto-Ceratops. Das ist Trudon. Dann Euoplocephalus heißt der, glaube ich, ne? Den haben wir hier. Wo ist er denn? Das müsste das Gehege sein. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es das jetzt... Ich lese es euch einmal vor. Wir haben ja gerade schon ein Dinosaurier im Blickfeld. Das dürfte Nordamerika-Oberkreide sein. Zweimal Alberto. Viermal Kasmo. Viermal Corito. Viermal Edmonton. Zweimal Euoplocephalus. Viermal Maya. Viermal Nasuto-Ceratops. Viermal Parasaurolophus. Viermal Pentaceratops. Sechsmal Struthiomimos. Viermal Styrakosaurus. Und viermal Todor. Dieses Gehege wird das sein. Also Nordamerika-Oberkreide. Sehr interessant. Jetzt sehen wir hier auch einige Dinos. Da sehen wir auch die Kasmos. Die Paras. Also das kommt schon hin. Edmontos. Maya. Struthiomimos sehen wir hier auch. Oh, ist das wunderschön. Ist echt cool, dass du das so mit den Zeiten so ein bisschen geregelt hast. Fahren wir hier wieder ein bisschen abseits. Einfach, weil ich die Dinos sehen möchte. Da sind noch die Kuritos. Und wir sind da unten noch. Auch Styracos. Auch hier voll schön gestaltet, das Gehege. Vor allem Straußennachahmer als Name. Wenn, dann hat der Strauß ja wohl ihn nachgemacht. Ich glaube, dass es den Studio Mimos ein bisschen eher gab. Ich komme hier gerade nicht weiter. Ja, wir müssen jetzt aber ein bisschen beeilen, Leute. Ich denke mal, den Rückweg werde ich auch so ein bisschen skippen. Naja, wir können wenigstens das Meiste jetzt in der Tour erfunden. Das ist schon mal ziemlich nice. Heißt, wir müssen gar nicht mehr viel mehr machen gleich. Wenn wir die Tour durch haben. Oh Gott, ich glaube, ich verfahre mich hier voll. Oh, hier waren wir auch noch nicht. Mein Lieblingsdino, den ich ja so gerne ausspreche. Char-Charodontosaurus. Oder Car-Carodontosaurus. Car-Charodontosaurus. Wie auch immer ihr das gerne hättet. Da dürften wir in folgendem Gehege sein. Nordafrika Oberkreide. Zweimal der Car-Carodontosaurus. Char-Charodontosaurus. Oder wie auch immer. Und zweimal der Spinosaurus. Die ist auch hier sehr sumpfig. Da macht ja bei dem Spino Sinn. Aber das finde ich ja krass, dass die beiden in einer Zeit gelebt haben. So einen Kampf zwischen den beiden hätte ich ja gerne mal gesehen. Wobei der Spino ja bei Jurassic Park auch komplett anders ist. Aber laut ist er auf jeden Fall. Mal schöner meckern. Schlängeln uns hier mal ordentlich durch. Also es ist bis jetzt eine richtig coole Tour. Und dadurch, dass du das mit den Gehegen so gestaltet hast, dass es realistisch ist. Oder möglichst realistisch ist. Ist das schon ziemlich nice. So, jetzt sind wir auf dem Rückweg hier, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, jetzt sind wir wieder in dem Gehege mit den Velociraptoren. Hier hatten wir auch teilweise Dinosaurier noch gar nicht gesehen. Mal schauen, was wir hier noch zu Gesicht kriegen. Ich sehe wieder nur die Velos und den Holorotheiten. Wobei, da ist noch irgendwas anderes. Au, au. Was haben wir denn hier? Ein Galimimus, oder? Ja, das dürfte ein Galimimus sein. Haben wir vorhin gar nicht gesehen. Und hier der ganz kleine Homa-Lucephale, oder wie er hieß. Der ist ja auch so süß, ne? Ich würde ja gerne reinzoomen, aber ihr wisst ja, das Auto verschwindet leider. Homa-Lucephale. Oh, der ist so niedlich. Ihr müsst euch einfach mal angucken, wie klein der ist, im Gegensatz zu dem Galimimus. Und der Galimimus ist ja auch schon klein. Das ist nämlich nice. Ich fahre auf jeden Fall nochmal ganz schnell zurück. Ich gebe jetzt mal Vollgas, Leute. Vollgas. Ich glaube, wir haben alle gesehen. Ich hoffe. Okay. Wir sind jetzt auch schon wieder fast am Eingang. Ich sehe da schon die Glaskuppeln. So, aber hier sind wir auch noch nicht durchgefahren. Die haben wir, glaube ich, nur so gesehen, ne? Ja, Sinoceratops. Auch nochmal Homa-Lucephale. Und der Arche-Ornotemimus und der Sinoceratops. Ja, habe ich doch schon gesagt. Sehr nice. Wir fützen ab. Dann haben wir da noch Krichton, müsste das sein. Ja. Krichtonsaurus. Ah, lass mich durch, Junge. Nehmen wir auch nochmal einige Dinos. Zentauro, glaube ich, ne? Ist das der? So schon. Ja. Zentauro-Saurus. Das mit Krichton. Und ins nächste Gehege. Was haben wir denn hier schönes? Oh, welcher ist das hier? Jede Frage. Polacanthos. Polacanthos. Iguanodon. Der Iguanodon, der frisst so cool, ne? Ich muss euch das mal anschauen. Ich hoffe, er hat jetzt nicht aufzufressen. So nice. Wie der frisst. Ob der ihn echt auch so gefressen hat? Bezweifel ist. Aber mega nice. Oh, hier haben wir auch einen Baryonyx noch. Cool. Ich weiß gar nicht, in welchen Gehege wir hier sind. Da, wartet mal. Wir sind hier in Westeuropa. Unterkreide. Zweimal Baryonyx. Viermal Iguanodon. Zweimal Polacanthos. Also waren wir hier nicht überall. Gut zu wissen. Schön dagegen. Das ist ja auch ein cooler Skin. Oh mein Gott. Der Mutabura, oder? Mutaburasaurus. Aber cooler Skin. Boah, zu schnell getrunken. Das ist Australien Unterkreide. Sechsmal Mutaburasaurus. Und das nächste Gehege. Wieder Iguanodons. Das ist mega, die krasse Tour. Die ist halt ultra lang. Das ist ja mega, mega cool. Vollgas. Aber man sieht einfach, wie groß dieser Park einfach ist, ne? Also, äh, Isla Nubla Nord. Das ist halt mega, die Rieseninsel. Was haben wir denn hier? Dein Nonikos. Nodo war das, glaube ich. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Das haben wir zumindest schon gesehen. Jetzt haben wir da Sauropelta. Nodo. Ja, hier waren wir auch schon, in dem Gehege. Da bin ich mir sehr sicher. Auch hier wieder Iguanodons. Boah, schnell durch. Huh. Gerade so. Und nächste Gehege. Ich kann auch gar nicht einschätzen, ob wir schon hier waren oder nicht, weil es einfach so groß ist. Schon so lange her, dass wir hier durchgefahren sind, wahrscheinlich. So. Hier waren wir aber auch schon. Da haben wir noch nicht alles gesehen. Das habe ich auch schon vorgelesen, das Gehege vorhin. Mit dem Stego, mit den Alu. Dem, äh, Diplodocus. Das dürfte Nordamerika-Oberjurka sein. Ceratu ist auch hier drin. Habe ich das schon vorgelesen? Ich glaube schon. Ceratu ist auch hier drin. Camarasaurus. Also auch hier einiges an Dinosauriern. Und man sieht halt schon wirklich, dass die Farbgebung der Dinosaurier relativ gleich ist. Und ähnlich ist. Kann man hier umdurchfahren? Schafft man leider nicht. Schade, schade. Au. Au. Frech. So, nächstes Gehege. Das haben wir auch schon gesehen, von Weitem. Das ist China-Oberjurka. Siegern Spino, Chongkingo und Mamenchi-Saurus. Das ist China-Oberjurka. Ich glaube, das ist wirklich mit Abstand die längste Tour, die wir jemals gefahren sind. Aber es macht richtig Spaß. Ich glaube, die ist jetzt aber vorbei, oder? Haben wir hier nicht angefangen in dem Gehege? Ja, wir haben es geschafft, Leute. Ja, mega cool. Also es hat richtig Spaß gemacht. Also viel, viel Arbeit hast du investiert. Ist mal echt spannend, so zu sehen, welche Dinosaurier wirklich in echt vermutlich auch zusammen gelebt haben. Und in der gleichen Zeit und sowas. Und dann auch mal aufeinander getroffen sind. Wirklich sehr, sehr interessant gewesen. Ich gehe noch einmal ganz kurz hier einmal oben rüber in der Vogelperspektive. Vorhin hast du sogar halt auch noch einen Besucherbereich und sowas. Hier sieht man dann auch noch mal die Zeiten und alles. Hier sind noch einige Läden, die du sogar benannt hast. Ja, richtig cool. Das ist dir so viel Mühe gegeben. Also der Park ist richtig schön geworden. Wie groß das hier auch ist, ne? Das ist der Hammer. Hier sieht man noch mal ein paar Dinos. Ach, wundervoll. Also die Tour hat richtig Spaß gemacht. Wir gingen halt einmal quer hier durch. Gefühlt. Wie krass das aussieht, ne? Ich hoffe wirklich, dass im Video nichts leckt später. Das wäre echt ärgerlich. Du hast halt auch alles richtig benannt und... Ah, mega nice. Im Hintergrund sieht man schon das Ende der Dinosaurier kommen. Ärgerlich. Ja, Leute. Hat aber richtig Spaß gemacht, oder? Also schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr den Park von Stefan fandet. Ich fand es mega cool. Und man sieht einfach, wie groß Hiesla Nubla Nord ist, ne? Weil diese Jurassic Tour, die hat jetzt so lange gedauert. Die war richtig krass und richtig cool. Also mir hat es richtig Laune gemacht. Und falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr Fragen habt, dann dürft ihr die auch gerne an Stefan stellen. Ich denke mal, ihr wird sie sicherlich beantworten. Er ist ja so ein Mann vom Fach. Und ja, ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandy Euer Dandy Ich bin jetzt auf der Videobeschreibung. Ich bin jetzt dabei.